Hallo und herzlich willkommen bei Watt24, Ihrem Onlineshop für professionelles Licht. Schön, dass Sie da sind. In diesem Video dreht sich alles um LED T8 Retrofitröhren. Wir testen und vergleichen vier LED T8 Retrofitröhren namhafter Hersteller, um herauszufinden, welche dieser Lampen eine 58 Watt T8 Leuchtstofflampe wirklich würdig ersetzen kann. Das ist sie, die altbekannte T8 Leuchtstoffröhre. Und die wollen wir nun mit einer modernen LED Lampe gleichwertig ersetzen. Gleichwertig heißt für uns, wir legen den Hauptaugenmerk auf das Licht, was unten ankommt. Denn das ist ja schließlich das, was Sie nach einer Umrüstung erwarten. Mindestens genauso viel Licht, wie zuvor. Doch warum eigentlich auf LED umrüsten? Gründe für die Umrüstung Ihrer freistrahlenden Leuchte auf eine LED Lampe gibt es viele. LED Lampen sind sparsamer, umweltfreundlicher und langlebiger als die alten Leuchtstoffröhren. Ein sehr großer Vorteil von LED Lampen, sie haben im Gegensatz zu den Leuchtstoffröhren keine Einschaltverzögerung. Die Leuchtstoffröhren brauchen nach dem Einschalten ja immer eine gewisse Zeit, bis sie hochgefahren und voll da sind. Die LED Lampen sind nach dem Einschalten sofort zu 100% da. Das ist vor allem bei der Steuerung über Bewegungssensoren sehr von Vorteil. Was Sie im Folgenden erwartet. Wir schauen uns zunächst die ausgewählten verschiedenen LED-Röhren etwas genauer an und vergleichen ihre technischen Daten. Und danach probieren wir sie natürlich aus. Wir vergleichen in einem kleinen Praxisversuch in unserer Testgarage die Lichtstärken der verschiedenen LED-Röhren miteinander und mit einer klassischen 58 Watt Leuchtstoffröhre. Und am Ende können wir hoffentlich ein Fazit ziehen. Doch nun zum Vergleich. Dann schauen wir uns einmal die teilnehmenden LED-Röhren an. Ins Rennen schicken wir folgende T8 LED-Lampen. Die Osram L-Advanced Substitute Advanced Ultra Output, die Philips Master LED-Tube T8 Universal, die Aiko T8 LED 30W, sowie die Ledora T8 LED Excellence Plus. Wir haben also Lampen ausgewählt, die einen Ersatz für die klassische 58 Watt T8 Leuchtstofflampe versprechen. Sie haben alle einen Farbwiedergabewert von CRI größer 80 und sind Tageslicht weiß. Beginnen wir mit der Osram Substitute Ultra Output. Ihr Sockel ist im Vergleich zur klassischen Leuchtstofflampe länger. Auch ist der Sockel etwas dicker als das Rohr selbst. Falls ihre freistrahlende Leuchte eine wasserdichte Kaschierung für die T8-Röhre hat, ist also zu prüfen, ob diese hier richtig draufpasst. Außerdem ist der Sockel drehbar, so dass sie die Leuchtrichtung flexibler gestalten können. Beispielsweise bei einer Wandmontage. Als kleine Orientierungshilfe sind hier auf dem Sockel Gradzahlen. Bei der Leuchtstoffröhre war ein drehbarer Sockel nicht nötig, da diese einen Abstrahlwinkel von 360 Grad hatte. Also rundherum gleichermaßen Licht ausgestrahlt hat. Die Osram Substitute Advanced Ultra Output hier hat einen Abstrahlwinkel von 210 Grad. Kommen wir nun zu den technischen Daten. Hierfür haben wir eine kleine Tabelle vorbereitet, die sich nach und nach mit Leben füllen wird. Die Osram T8 LED Lampe bringt 3600 Lumen. Die klassische 58 Watt Leuchtstofflampe bringt es in der Regel auf 5000 Lumen. Die Osram LED Röhre hat eine Leistungsaufnahme von 22,5 Watt. Die Leuchtstoffröhre braucht 58 Watt. Das haben wir natürlich mal nachgemessen. Hier die Osram LED Röhre. Der angegebene Wert geht also in Ordnung. Und hier die Leuchtstoffröhre. Hier wird deutlich mehr Leistung gebraucht, als für die Lampe angegeben wird. Diese Energieeffizienz der Osram LED Lampe wird mit 160 Lumen pro Watt angegeben. Die Leuchtstoffröhre kann hier nur 70 Lumen pro Watt vorweisen. Den Abstrahlwinkel und den drehbaren Sockel hatten wir ja schon erwähnt. Die Lebensdauer wird mit 60.000 Stunden angegeben. Eine Leuchtstofflampe hält in der Regel 20.000 Stunden. Kommen wir nun zur Philips Master LED Tube T8 Universal. Hier ist zunächst einmal der mitgelieferte Austauschstarter auf dem Sockel angebracht. Die anderen LED Röhren in diesem Video bringen natürlich auch einen Austauschstarter mit. Der Sockel selbst ist bei der Philips sehr lang. Und auch hier sind Sockel und Röhre unterschiedlich schlank. Also sollten Sie auch hier gegebenenfalls prüfen, ob etwaige vorhandene Kaschierungen passen und halten. Auch bei dieser LED Röhre ist der Sockel drehbar, was bei Ihrem Abstrahlwinkel von 160 Grad auch sinnvoll ist. Zu den technischen Daten. Die Philips bringt 3700 Lumen. Sie hat eine Leistungsaufnahme von 24 Watt. Auch diese haben wir nachgemessen und die Angabe geht in Ordnung. Ihre Energieeffizienz beträgt 154 Lumen pro Watt. Ihr Abstrahlwinkel liegt wie gesagt bei 160 Grad und auch Ihr Sockel ist drehbar. Die Lebensdauer wird mit 50.000 Stunden angegeben. Als nächstes ist die Eiko T8 LED dran. Ihr Sockel ist der der T8 Leuchtstoffröhre sehr ähnlich. Auch sind Sockel und Röhre gleich schlank, sodass das Anbringen der wasserfesten Kaschierung der alten Leuchtstoffröhre in der Regel problemlos machbar ist. Die Sockel sind hier nicht drehbar. Das ist allerdings auch nicht so schlimm, da diese LED Röhre einen Abstrahlwinkel von 220 Grad hat. Die Eiko bringt ebenfalls 3700 Lumen. Sie wird mit einer Leistung von 30 Watt angegeben und auch diese haben wir nachgemessen. Auch diese Angabe geht in Ordnung. Sie hat eine etwas geringere Effizienz von 123 Lumen pro Watt. Ihr Abstrahlwinkel ist wie gesagt 220 Grad und der Sockel ist nicht drehbar. Die Lebensdauer der Eiko LED T8 Röhre wird ebenfalls mit 50.000 Stunden angegeben. Zu guter Letzt greifen wir nun noch zur Ledora T8 LED Exzellenz Plus. Der Sockel ist hier im Vergleich zur Osram und Philips relativ kurz, ist an dieser Stelle allerdings auch etwas dicker als die Röhre selbst. Auch hier ist der Sockel drehbar, da der Abstrahlwinkel bei 120 Grad liegt. Die Ledora T8 LED bringt satte 5386 Lumen. Dafür benötigt sie 33 Watt und auch diese Angabe geht in Ordnung. Die Ledora T8 LED hat eine Energieeffizienz von 163 Lumen pro Watt. Wie erwähnt ist der Abstrahlwinkel 120 Grad und der Sockel ebenfalls drehbar. Hier wird die Lebensdauer mit 50.000 Stunden angegeben. So, genug der Zahlen und Daten. Es wird Zeit, Bilder sprechen zu lassen. Der Moment der Wahrheit ist gekommen und wir werden die LED Lampen nun nacheinander an die Decke werfen. Wie viel Licht bringt welche LED Lampe? Und wie sieht es im Vergleich zur herkömmlichen 58 Watt Leuchtstoffröhre aus? Dafür gehen wir jetzt rüber in unsere Testgarage. Wir haben hier folgenden Testaufbau. Wir werden die jeweilige Lampe in dieser Garage hier oben montieren. Das Ganze werden wir dann mit einer Kamera von dort aufnehmen. Die Aufnahmen werden wir danach miteinander vergleichen. Wichtig dabei ist natürlich, dass die Kameraeinstellungen bei jeder der Aufnahmen dieselben sind. Das heißt, wir stellen Kamerablende und Verschlusszeit fix ein. Unterschiedliche Helligkeiten entstehen also nicht durch die Kamera. Unsere Studioscheinwerfer sind bei der Aufnahme selbstverständlich aus, sodass das gesamte Licht in dieser Garage ausschließlich von der jeweils installierten Lampe stammt. Dann messen wir mit unserem Luxmeter einmal direkt unter der Lampe und dann hier im Randbereich die Lichtstärke der jeweiligen Lampe. Da die Positionen des Luxmeters zur jeweiligen Leuchte identisch sind, kann man die gemessenen Werte direkt miteinander vergleichen. Dann legen wir mal los. Als erstes hat unsere Referenzlampe ihren Auftritt. Eine 58 Watt Leuchtstofflampe. Von dieser gehen wir ja schließlich auch aus. Direkt darunter zeigt das Luxmeter ca. 285 Lux an. Im Randbereich messen wir ca. 145 Lux. Kommen wir nun zur Osramrampe. Und hier direkt im Vergleich. Sie scheint dunkler zu sein als die Leuchtstoffröhre. Das Luxmeter zeigt direkt darunter tatsächlich auch nur ca. 206 Lux an. Der Randbereich kommt auf nur knapp 100 Lux. Als nächstes werfen wir die Philips an die Decke. Zunächst auch hier wieder erst einmal die Leuchtstofflampe. Und jetzt die Philips LED Röhre. Und hier direkt im Vergleich. Hier zeigt das Luxmeter direkt darunter 293 Lux an. Also sogar etwas mehr als die Leuchtstofflampe. Im Randbereich sind es dagegen nur ca. 133 Lux. Dies ist dem Abstrahlwinkel der Philips Lampe von 160 Grad geschuldet. Daher wirkt die Philips LED im Bild verglichen vom Gesamteindruck her trotz des hohen Messergebnisses etwas dunkler. Das Licht wird aber einfach nur dank dem Abstrahlwinkel gebündelter nach unten gebracht. Also dahin, wo wir es haben wollen. Das Streulicht an die Decke und die oberen Wände wie bei der Leuchtstoffröhre mit ihren 360 Grad wird so vermieden. Und nun ist die Ico am Start. Auch hier wieder zuerst als Referenz die Leuchtstofflampe und hier die Ico LED Lampe. Und hier direkt im Vergleich. Sie bringt es direkt unter der Leuchte auf ca. 252 Lux. Sie ist also nicht ganz so hell wie die original Leuchtstofflampe, allerdings deutlich heller als die Osram LED Lampe. Im Randbereich ist die Ico mit ca. 122 Lux mit der Philips vergleichbar, was auf den Abstrahlwinkel von 220 Grad zurückzuführen ist. Und zu guter Letzt noch die Ledora. Sie müsste mit angegebenen 5386 Lumen deutlich heller als alle anderen sein. Auch hier zunächst für den Vergleich die klassische 58 Watt Leuchtstoffröhre. Und hier die Ledora. Und hier direkt im Vergleich. Das Luxmeter zeigt direkt unter der Ledora auch tatsächlich satte 396 Lux an. Im Randbereich haben wir noch ca. 162 Lux. Deutlich zu sehen ist hier der Abstrahlwinkel von 120 Grad der von uns verwendeten Klarglas Variante. Das Licht kommt also sehr gerichtet direkt nach unten, wo es ja auch hingehört. Die Decke und oberen Wandbereiche bekommen also kaum Licht ab. Dafür ist es unter der Lampe bedeutend heller als bei der alten Leuchtstoffröhre. Kommen wir noch zu einem nicht unwichtigen Punkt, dem Preis. Die günstigste der hier vorgestellten Lampen ist die Eiko LED T8 Lampe. Etwas mehr kostet die Osram LED T8 Lampe. Noch etwas mehr die Philips LED T8 Röhre. Und am hochpreisigsten ist die hier gezeigte Ledora LED T8 Lampe. Unser Fazit Wir waren auf der Suche nach dem besten Ersatz für Ihre 58 Watt T8 Leuchtstoff Lampe und wollten herausfinden, welche der LED Retrofit Lösungen genauso viel Licht bringt. Wir haben vier Lampen getestet und vier Ergebnisse. Basierend auf unseren Messungen ist es die Philips LED Lampe, die diese Bedingungen erfüllt. Die getestete Osram LED Röhre erreicht die Lichtstärke der Leuchtstoff Lampe leider nicht. Klarer Preis-Leistungssieger ist allerdings die Eiko LED T8 Lampe. Sie ist nur unbedeutend dunkler als die Original Leuchtstoff Lampe, ist aber die günstigste der hier vorgestellten Lampen. Allerdings hat sie eine geringere Energieeffizienz als die Philips LED Lampe und ist daher nicht so sparsam. Bei höheren Betriebsstunden, also auf lange Sicht, ist die etwas teurere Philips energiesparender. Die Ledora schießt weit über das Ziel hinaus. Sie bringt von den getesteten Lampen am allermeisten Licht auf den Boden. Dafür ist sie aber auch die teuerste der hier getesteten Lampen. Sie bringt sogar erheblich mehr Licht als die klassische Leuchtstoff Lampe. Sie findet also dann Anwendung, wenn Sie wirklich sehr viel Licht brauchen, wie zum Beispiel bei großen Montagehöhen oder bei Arbeitsplätzen. Die Ledora ist übrigens im Gegensatz zu den anderen hier vorgestellten Lampen in verschiedenen Abschallwinkeln erhältlich. Auch gibt es neben der hier gezeigten Klarglas Variante verschiedene Milchglas Versionen. Außerdem gibt es die Ledora auch mit einem Farbwiedergabewert von CRI größer 90, der zum Beispiel für Lackierereien geeignet ist. Das heißt also, die Ledora LED Lampe ist sozusagen die Premium Lampe unter den LED T8 Retrofit Röhren und dann geeignet, wenn Sie nach der Umrüstung mehr Licht haben wollen, als Sie zuvor mit der 58 Watt T8 Lampe hatten. Und sollten Sie jetzt noch weitere Fragen zum Thema T8 LED Retrofit oder ganz allgemeine Fragen rund um das Thema professionelles Licht haben, so können Sie sich natürlich jederzeit gerne per Telefon, Chat oder Live-Präsentation an uns wenden. Und um nichts mehr zu verpassen, abonnieren Sie am besten jetzt gleich kostenlos unseren YouTube-Kanal, denn wir von Watt24 lassen Sie nicht im Dunkeln stehen. Musik Musik